Unsere Hautexpertinnen Dr. Katie Rodin und Dr. Katie Fields haben Wert auf eine besonders einfache und trotzdem möglichst wirkungsvolle Anwendung gelegt. Ich bin Kathy Fields. Ich bin Dermatologin und zugleich die Mitentwicklerin von ProAktiv. Warum ProAktiv so erfolgreich ist? Weil es ihre Haut jeden Tag mit einer einzigartigen Kombination von hochwertigen Inhaltsstoffen versorgt. Das Hautbild beginnt sich bereits nach der ersten Anwendung zu klären. Und bei regelmäßiger Anwendung kann dieses System die Entstehung neuer Pickel verhindern. Für unreine Haut kann man nichts, denn dieses Problem ist abhängig von ihrer genetischen Konstellation, ihren Hormonen, ihrem Stress und ihren Umwelteinflüssen. Das betrifft den gesamten biologischen Prozess. Ihre Drüsen produzieren vermehrt Talg, den idealen Nährboden für Bakterien. Und dann antwortet der Körper mit Mitessern und Pickeln. ProAktiv mit seiner Kombination von hochwertigen Inhaltsstoffen wirkt diesem Prozess entgegen. Es reinigt die verstopften Poren, verlangsamt die Talgproduktion und beruhigt die betroffenen Stellen. Die Wahrheit ist, Hautunreinheiten können sieben, aber auch schon mal zehn Jahre lang bei Teenagern ein lästiges Übel sein. Und erwachsene Frauen können selbst noch mit 30 oder 50 unter Pickeln leiden. Aber die gute Nachricht ist, man kann etwas dagegen tun. Mit der richtigen Pflege, den richtigen Inhaltsstoffen, der täglichen Anwendung hilft das ProAktiv-System auch Ihnen, Ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Pickel können ganz still und heimlich in jeder der 10.000 Poren in Ihrem Gesicht entstehen. Es kann sogar sein, dass Sie es gar nicht bemerken. Hier setzt ProAktiv an. Sie wenden eine Kombination wirksamer Inhaltsstoffe auf dem ganzen Gesicht an und durchbrechen so den Teufelskreis. ProAktiv öffnet verstopfte Poren, nimmt überschüssiges Hautfett auf und beruhigt die Rötungen. Und das ist der Grund, warum ProAktiv Pickel, die Sie heute sehen, beseitigen kann und neuen Rötungen vorbeugt.